Ah, das war wahrscheinlich mein Problem, die müsste man von oben ansteuern, wenn man die von an der Seite ansteuert, dann klauen die einem irgendwie trinken. Houston, 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 Nein, ich brenne, Hilfe. Hallo Minecraft. Hallo, Hallo. Hallo Mayvia. Hallo, Barona. Ja, mal wieder eine Folge Crashlandings. Yay. Ah, du hast auch noch ein Quest abgeschlossen, oder? Äh, ja. Sehe ich gerade, weil hier ist dieser Crash Delivery irgendwas Block. Ja, genau. Gucke ich mal rein. Achso, nee, nee, nee. Das waren nur zwei, drei Wasserquests, die habe ich schnell gemacht, noch nach der letzten Folge. Dann hole ich mir mal die Rewards. Jetzt, hier Wasserflaschen, noch eine Wasserflasche, noch eine Wasserflasche, noch eine Wasserflasche, yay. Und ein einmal. Ja. Ähm, genau, den einen Quest konnte ich noch nicht machen, den Evenhotter. Ähm, da musste ich noch irgendwas auswählen. Was hatten wir da? Das Schwert nehme ich, glaube ich. Den kann ich nicht auswählen, ich weiß nicht warum. Welche Quest bist du gerade? Ähm, den Evenhotter. Ah, äh, in der unteren Reihe, wo Pick One steht. Äh, Pick One? Nein. Basic. Evenhotter. Also unter dem halben Ofen. Ja, ja, ja. Evenhotter, das ist die Quest. Ja. Dann, ähm, die Aufgabe war warming things up. Der Unfired Crucible und der Unfired Clay Bucket. Und dann bekommen wir auf jeden Fall den Seared Faucet, Casting Table, den Full Guard und, äh, Seared Brick. Und unten, eins von den drei musst du dir auswählen. Ich glaube, ich hatte den Ingotcast. Genau, und ich wähle den Sword Blade Cast aus, dann kann ich Claim Reward machen, aber das geht nicht. Sind bei dir rechts die beiden Sachen auf 100%? Ja, Moment, vielleicht liegt es daran, dass mein Inventar voll ist. Ja, wenn das Inventar voll ist, kannst du keine Belohnung, äh, bekommen. Okay, wir könnten mal schnell schlafen gehen. Oh ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendeine Spinne noch rüberkommt. Ja, genau, der Spinnenschutz, glaube ich, ist noch nicht ganz fertig, oder? Nee, könnte mal gucken, ob wir den heute noch hinkriegen. Aber ich würde ihn vielleicht gleich mit, mit Steinen irgendwie bauen wollen. Oh ja, wir haben genug. Ja. Und Fass hattest du gesagt, gern? Ja. Hier haben wir das Fässchen, 64x64. So, und jetzt wollte ich, ähm, kurz vorher noch was anderes bauen. Ah, von denen habe ich viele. Dann machen wir das damit kurz. Weil wir hatten gesagt, das hier ist noch nicht ganz richtig fertig. Oh, so, da fallen noch Sachen raus. Ja. So. Ich hatte mir gedacht, dass wir, ja genau, den zweiten Hopper dran, dann müsste das eigentlich hinkommen. Ach so, jetzt komme ich gerade nicht mehr an das Fass, äh, an den, an die Kiste. So, jetzt geht's. Gut, ähm, ich fülle mal gerade noch mein zweites Camelpack auf. Äh, Cold War, da haben wir auch. So, dann haue ich die Flaschen da oben rein. Ähm, hatten wir eine Kiste für so Technikzeug? Ja. Die Holzkiste, genau. Dann mache ich das mal da rein. Ähm, und dann... Ein bisschen aussortieren hier. Den halben Ofen setze ich auch noch irgendwo hin. Machen wir einfach da mal hin. So, und jetzt probiere ich noch mal, ob ich den Quest abschließen kann. Ah, gut. Dann haben wir noch ein paar Quests, ähm. Ah, Achtung, Spinne. Irgendwo. Auf dem Dach. Okay. Fette, braune Spinne. Die mag mich wohl, wenn sie dich nicht angreift. Genau. Ich habe keine Fernkampfwaffen. Äh, warte mal. Achtung. Ja. Jetzt müsste sie hauen können. Ja, aber dann kriege ich Agro. Ach so. Oh. Jetzt ist sie auf mich. Achtung, sie kommt. Raus sie. Ja. Das war aber knapp. Ich habe ein halbes Leben verloren. Äh, mein... Die Hälfte meiner Herzen verloren. Dann hatte ich mehr Glück. So, gut. Aber ich regeneriere noch. Okay. Ähm, ich gehe da mal... Moment, ich brauche noch eine Fackel. Ich wollte nämlich noch, ähm... Hast du den Redstone-Torch? Äh, nein. Die Redstone-Torch steht unten bei den Betten. Ach ja. Ach ja. Dann mache ich mir kurz eine neue. Muss man keine Kohle verschwenden. So, und ich gehe dann jetzt mal noch ein paar, ähm... Und da liegt auch noch Zeug rum. Das nehme ich gerade mal mit. Ein paar Knochen und... Ein bisschen Fleisch. Oh, da steht denn noch roter Creeper. Ich wollte gerade sagen, den habe ich eben gesehen. Oder ist, glaube ich, auf mich geeischt. Na, ich hoffe mal, dass der nicht hier runterkommt zu mir. So, das ist ja unser Loch, was ich hier gebuddelt hatte. 30 tief. Da platziere ich jetzt einfach mal immer den Torch. Und dann kriege ich mal ganz ruckzuck, ähm... Ein bisschen Dust. Kannst du gerade mal gucken, wie viel... Wie viel Blöcke ich das Feld groß gemacht habe? Ähm... Ich glaube, es ist quadratisch wahrs. Ja. Ich muss jetzt nur gucken, dass der Creeper nicht hinter mir herkommt. Ach komm, so ein bisschen Action. Hat ja, ähm... Ja, da kommt, da kommt zu mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Anonymous hatte ja mehr Action erwartet. Von dem her... Ah, die kann er haben. Ja. Äh, Ghostblock hier. Ja, super. Ah, falsch geplatziert. Kurz reconnecten. Ja. Hast sowieso viel zu viel Online-Zeit hier. Oh, jetzt wäre ich fast unter die Blöcke geraten. Ich habe jetzt schon ein paar Stacks, äh, Dust. Ich habe nochmal 8 Wasserflaschen. Der, der Creeper war tot, oder wartet der oben auf mich, wenn ich hochkomme? Der wartet oben noch. Haha. Gut. Hast du mir ein Geschenk gemacht? Ja, klar. Ja, vielen Dank auch. Äh, nee, Moment. Da war falsch, glaube ich. Genau. Toast. Guck mal, nicht, dass der unerwartet hier die Leiter runterkommt. Nein, jetzt habe ich den ganzen Tast weggeworfen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Block kann ich noch gehen. Ähm, im Grunde bräuchte ich doch hier entweder eine Fackel oder einen Glowstone, damit ich hier unten ein bisschen Licht machen kann. Kannst du mir einen Glowstone runterwerfen? Ähm, ja, Moment. Oh, wenn ich mich mal vor dem Creeper fürchte. Ach, komm. Der ist rot. Der guckt mich an. Ich glaube, der... Oh, ach. Ah, ja, der ist genau neben mir. Neben mir? Genau vor meiner Tür gewartet. Ja. Nicht wieder sterben. Nicht. Geh weg. Ähm, so, jetzt habe ich ein Problem. Ich nicht mehr, er ist tot. Ähm, bitteschön. Äh, ah ja. Mein Inventar ist nämlich voll. Schon wieder? Ja, jetzt richtig voll. Und 13... Ach so, ja. Ich kann nicht mal mehr die Rätsel und Torch aufnehmen. Ähm, was kann ich denn... Saplings haben wir ja genug inzwischen. Ähm, ja. Ja, einmal baue ich noch ab und dann komme ich hoch. Wir haben kein Bone Meal mehr. Ähm, ich habe noch 31 im Inventar. Ah, wir haben hier noch in der... Ach nee, Moment, dann kann ich noch mal einen abbauen. So, die Redstone Torch lasse ich stehen. Und dann komme ich mal nach oben. Genau, ich hatte letztes Mal noch ein bisschen Dirt angeworfen. Das mache ich gerade nochmal. Ich hoffe, da wartet nicht noch irgendwas anderes jetzt auf mich. Nicht, dass ich wüsste. Nee, alles safe. Sehr schön. Oh, und der Starfruit Baum ist gewachsen. Aber noch nicht reif, leider. Doch, eine. Ja. Aber die kann ich nicht aufsammeln, weil ich habe keinen Platz. Kein Inventar. Ich hau mal hier gerade in die Dinger hier was rein. Oh, da habe ich das Baum auch weggeworfen. Ja, und irgendwie geht immer mein Camelpack da mit rein. Warum geht da das direkt da rein? Was soll denn das? Ach nee, warum? Warum geht da das da mit rein? Ich glaube, ich müsste... Irgendwie... Das packt voll rum. Ah. Kriege ich gerade einen Anruf. Aber den mache ich mal ganz schnell leise. Den brauche ich nämlich jetzt nicht. Kann ich mir denken. So, und die beiden Activators sind beide voll. Es kommt auch unten was an. Dann passt es. Hol ich die Starfruit noch schnell. Und dann... Sollten wir nochmal schnell schlafen gehen. Jo. Gut, ich habe hier noch ein bisschen Dust. Warte mal, das Eisen kann ich auch noch rein machen. Strings habe ich. Arrows. Bones. Das Fleisch gehört hinten rein, habe ich ja selber gesagt. Gut. Okay. Ich gehe schon mal runter. Jo. Wir müssen uns gleich nochmal um ein bisschen Essen kümmern. Hm, ja. Was wollen wir denn machen? Fast wäre ich runtergefallen. Ich bräuchte sowieso noch was. Alles, was möglich ist. Ich bräuchte noch was zu futtern. Ich bin gerade auf Toast. Das ist ganz gut. Aber halt auch nur viermal. Ich mache mal noch ein paar Suppen. Und wenn wir einen... Ich gucke gerade mal, ob wir nochmal einen rohen Fisch haben. Können wir nochmal Fischburger machen? Nein, leider nicht. Pilzsuppe geht nicht. Wir machen mal Applesauce noch ein bisschen. Wie ging denn das nochmal? Ich habe gebraucht beides, oder? Ah ja, so. Wenn wir Lettuce hätten... Dann können wir schon... Das machen. Also den Fisch sollten wir nicht kochen. Der gekochte Fisch ist im Prinzip nutzlos. Okay. Dann gibt es nur zwei verschiedene Rezepte, die man damit machen kann. Ah. Ich könnte ja einfach gucken, gell? Shift und R. Dafür ist das NEI da. Ja, genau. Und Saft könnte man machen. Was ist das? Schucker. Schucker haben wir noch nicht. Nein, leider nicht. Oh, da fliegt irgendwas durch die Gegend. Ah, Apfelsaft können wir auch machen. Fällt mir doch gerade ein. Es gibt eine Keule, immerhin. Naja, im Notfall. Und es gibt auch Flüssigkeit, soweit ich weiß. Gut, was können wir aus den Eiern machen? Einen Kuchen? Ah, Milch haben wir keine. Dafür bräuchte ich mal Soja für. Ja. Ah, ich wollte was essen. Oh, meine. Ähm, dann nehme ich doch gerade mal drei Apfelsaft. Oh, cool. Den isst man sogar. Den trinkt man nicht, den isst man. Mhm. 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 Ähm. Ähm. Ah, hier ist sie. Dann glänzen wir noch ein bisschen mehr Reis an. Kann nie schaden. Zitrus haben wir auch nochmal. Wir müssten noch, ähm, mehr, äh, Saplings, äh, suchen. Deswegen. Ja. Das kriegt man alles noch hin. Machen wir nochmal, ähm, brauchen sowieso noch viel mehr Erde. Ja, weil nur mit Reis können wir noch nicht allzu viel, äh, gewinnen. Deswegen. Und Reis haben wir genug. Ja, ich würd sagen, wir legen einfach mal ein neues Feld an. Guck mal, gerade in die Dastkiste. Da kommt inzwischen einiges zusammen. Hä? Hast du da irgendwas eingebaut, dass da oben nochmal was reinkommt? Ich hab nur hier ein bisschen was weggemacht, dass mal ein Klinger kommt. Das ist alles. Das war wahrscheinlich mein Problem. Die müsste man von oben ansteuern. Wenn man die von der Seite ansteuert, dann, dann klauen die einem irgendwie trinken. Okay. Uh. Das hört sich gefährlich an. Nimm die Axt. Äh, ich hab schon. Skeleton. Hat mich etwas überrascht. Ich hab mir einen Enderplan zieht. Da ist noch eins. Das kaufe ich mir. Ha. Voll der Pro im PvP hier. Tö. Du hast ja schon geübt fleißig. Ja, aber eher, äh, nicht ganz so erfolgreich. Oh, ich krieg Heatstroke. Und ich hab nur noch 22% Wasser. Oh, oh. Dann jetzt aber zügig. Ja, ich bin auf der anderen Seite von unserem Building. 21%. 39 Grad hab ich. Ich brauch ne, ich brauch ne coolen, äh, kuh, 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 kuhle Wasserflasche. Eine coole Wasserflasche. Schön. Äh. Schnell, Wasser, 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 Wasser. Gut. Äh, puh. So. Ich hoffe, äh, ich überlebe. Ah, meine Temperatur sinkt wieder. Aber die war knapp bei 40 Grad. Ich hab sogar einen Bogen gekriegt. Von den beiden Skeletten. Oh, wir haben, äh, Probleme im Skype. Hallo? Oh, maybe I left the game. Tja. Äh, hat wohl Internetprobleme. Aber wir sind sowieso in der Aufnahme. Ende, äh, Ende der Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ähm, maybe I wird nächstes Mal wieder dabei sein. So. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Minecraft. Minecraft. Moin. Moin. Moin.